Du und Sohn, Hotel Wiesbaden. Nicht, dass ich jetzt hier einen oder einen Sack kriege. Bleibt noch ein ordentlich dran. Ich hätte da jetzt mit alles gerechnet, Männer, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, guten Morgen. Ja, heute Tag zwei. Ist da ein bisschen übertrieben. Naja, was soll's. Auf die Mopeds. Nee, erstmal frühstücken, Kaffee trinken und dann geht's los. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. So Freunde, Tag 2, Hotel Toskana, ey Leute, ich werde euch nicht vorstellen, was Michael hier auffährt, Wahnsinn, supergeil, ich nehme immer noch Spathus, was der hier alles macht, gestern hatten wir noch Pizza, ich werde das in die ganzen Videos versuchen mit reinzupacken alles, hatten gestern noch einen wunderschönen Abend, heute geht es weiter Richtung Frankfurt zu Harley, glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher, ja, ihr seht es ja, das geht schon wieder los, ey, ist das geil, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier ist, ehrlich, aber sowas musst du dabei sein, ich habe Gänsehaut, ohne Scheiß. Was ist das? 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 Mam was ist das? Was ist das? Ey, das ist so krass, dass man einfach so jetzt hier im Teil von ist. Leck mich am Arsch, ehrlich. Sorry, darfst du was bei YouTube sagen? Ich weiß. Und jeder Einzelne, ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, so wie es ist, übelst korrekt. Da wurde nicht erstmal hier einen Tag, vier, fünf Stunden kennengelernt. Sofort alle offen. Man schaut sich aus. Man quatscht einfach, gestern schon gesoffen, heute geht es weiter. Leute, ey, was wollen wir eigentlich? Brutal. Unendlich viele geile Bikes, geile Menschen. Was soll ich da jetzt irgendwas über Reifen erzählen machen? Ich hoffe, ihr genießt es genauso wie ich. Kauft euch Mopeds, konnektet euch mit so welchen Leuten. Man lebt euer Leben, ehrlich. Man lebt euer Leben, ehrlich. Das ist ein Schatz, was ich will. Ich bin so dankbar dafür, man, ehrlich. Ich weiß, er will es nicht hören, aber Michael, seine Familie, sein Personal, was die hier auf die Beine gestellt haben. Ohne Scheiß, Freunde. Kommt zum Hotel Poscana nach Wiesbaden. Sowas habt ihr noch nicht erlebt. Der Ballwagen hier, der mitfährt, Michael hat ja noch die GoPro Max drauf, 360 Grad Aufnahmen. Das werde ich alles hoffentlich verwenden können. Junge, 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 ich kann nicht. Junge, 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 Junge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hahahaha Sowas ist irgendwie abgesperrt Musik 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 alle alle Ja, alle! Guckt euch das an jetzt! Wir sind angekommen, ich muss leider mit dem Handy jetzt filmen, weil die Kameras sind beide leer, die beiden Akkus, aber yes, endlich da, bestes Wetter. Top hier, Leute! Musik 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 Musik